Musik 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 We have minus 3 here Yes, so let's go to minus 3 That's closer to minus 4 Yes, I have the key I can do the magic of key too It should be a big part, it should also be Music 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 We will be going to Neumann In Bavaria And it will take us roughly Five and a half To six hours to be there And since we Got away from the A little bit late We will be there like eight, nine in the evening So prepare yourself for a long And joyful journey through Germany Music Music Are you able to bring coffee in the car without spilling? Yes Then you should bring coffee in the car without spilling Yes And I think Petra will have to go in first because he is in the back seat Okay Our buss-chauffeur Our buss-chauffeur Our buss-chauffeur We want to try to burst our buss-chauffeur It's a man with a long-term respirator We want to try to get some fun So we get to the buss-chauffeur Our buss-chauffeur It's a man with a gross-humeur Our buss-chauffeur Our buss-chauffeur He's a man with a dull lämine And if he's not happy Wir haben die Copyright für die Song, ob wir es nicht benutzen können. Es ist wahrscheinlich... Aber wir sind nicht sicher. Aber es ist eine Common-Song. Warum können wir es nicht benutzen? Weil wenn jemand die Lyrics geschrieben hat, die Lyrics haben eine Copyright zu den Lyrics, die die Lyrics verfolgen sind, wenn jemand den Song singt, wenn sie nicht Geld verdienen, zu den Composer. Aber wer weiß nicht, wer die Lyrics geschrieben hat? Es geht nicht. Wenn jemand die Copyrights hat, dann ist es unsere Aufgabe, die Person zu verabschieden. Wir haben keine Funktionen Legislation in diesem Bereich, also Mab ist richtig, und die Tüde ist das gleiche. Da ist nichts mit mir. Baby, was du träumst? Moin Zero. Super! Da ist hinaus! Metallisch! ado... Der Blatt! Da ist nichts mit wir, zuvallend. Hör auf, Eben Eben und Winkle, diese Mäste! Das Wolle Kriegf mit dir. Das Wolle Arm! azione! cc! Was denn mit? You are, you know Teachers help the thing by ourselves My cat is much more clever than me Teachers help the thing by ourselves My cat is much more clever than me No, we are in the hotel Speaking about there, where is the chocolate? The chocolate? I ate it No, I didn't take it What chocolate? Oh my god Do you want to open it or not? By open it you don't mean that you are just going to eat it all Mr. Driver No? Do we have your explicit consent to film you from behind? Yes, you can see my bald spot but that is fine Ok, can you drive this pamphlet? Yes, and we just have to fix the road first